Mein Name ist Andreas Görzen und mit meiner Kunst möchte ich euch Lebensfreude, Begeisterung und Freiheit weitergeben. Ich will die besonderen Momente, Erinnerungen, Idole oder auch Vorbilder auf der Leinwand festhalten. Schon als kleines Kind war ich von den historischen Bauwerken und den Wahrzeichen der Städte begeistert. Es faszinierte mich, wie die Menschen früher mit weniger Hilfsmitteln so etwas Großes erschaffen konnten. Ebenso möchte ich auch die großen Persönlichkeiten wie Albert Einstein, Beethoven, Goethe oder auch die großen Kunstmeister, welche einige davon auch zu meinen Vorbildern zählen, wie Picasso, Dalí oder Andy Warhol, aber auch die der Mode darf man nicht vergessen, wie ein Karl Lagerfeld, Coco Chanel, all die großen Personen, die in der Welt etwas bewirkt oder hinterlassen haben. All die großartigen Bauwerke will ich mit meinen bunten Farben und meinem expressiven Malstil auf der Leinwand festhalten. Meine Faszination und Begeisterung, die ich für diese Welt empfinde, möchte ich mit euch teilen. Es motiviert mich immer wieder aufs Neue, wenn ich sehe, wie aus einer leeren Leinwand und ein bisschen Farbe etwas so Schönes entstehen kann. Hauptsächlich male ich mit Acrylfarbe auf Leinwand. Zu meiner unverwechselbaren Maltechnik verwende ich Werkzeuge wie Spachtel, Pinsel oder eine Rakel, die ich oft für meinen Hintergrund benutze. Manchmal nehme ich aber auch einfach eine Maurerkelle oder male einfach aus der Tube heraus, so wie es mir gerade gefällt. Meine Vision ist es, dass ich mit meiner Kunst etwas dazu beitragen kann, dass wir mehr Mitmenschlichkeit und Weltoffenheit zeigen, dass wir mehr Miteinander statt Gegeneinander sind, dass wir gemeinsam diese besonderen Dinge, die uns hinterlassen wurden, ehren und würdigen. Das ist die Botschaft, die ich euch mit meiner Kunst weitergeben möchte. Ich bin jetzt, dass wir mehr Miteinander sein können. Wir sind jetzt, dass wir mehr Miteinander und wir müssen uns hinterher sein, dass wir mehr Miteinander sind, dass wir mehr Miteinander Untertitelung des ZDF, 2020